Habe ich gelockt? Mama, 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 ich komm hier nicht mehr raus, ich komm hier nicht raus, ich komm hier nicht raus! Was ist denn los? Turboland in Hurricane Es sind Trick, Trick und Truck Oh, warum juckt das denn so? Mhm, Stelle merken und waschen Ach nee, duschen wird überbewertet Dann Katzenwäsche Nee, dafür bin ich zu faul Und nicht gelenkig genug Hä? Du glaubst gar nicht, wie gelenkig ich bin Also da macht dir mal keine Sorgen Trick und Truck Ich raste gleich aus mit dem Discord Oh, was ist denn passiert? Die sind so total Ich muss den ganzen Bums mal stumm stellen Das hab ich schon immer Du hast doch noch 500 Verschiedene Server Oh Ja, deiner ist eh auf stumm Warum zickt ihr euch denn so an? Wann doch gar nicht Matthias hat doch angefangen Wirklich Röchterlich Ach, das nennt man Liebe Was ich leck, das lieb sich, weißt du? Was ich leck, das lieb sich Äh, was läckst du denn? die widerlichen dinger da ich glaube er ist hier oben zweieinhalb grad und er schmeißt der sachen ins gesicht ins gesicht was soll auch noch diese scheiße dacht ich habe den ausweis und die views ich habe eine haze hier unten und vor uns immer hier oben rappelte mein handy so eine dicke fette harze raum entheizung sind an woher spirit box response where are you how old are you are you old where are you also op oder ein sensor ja entweder motion sensor oder ghost op ok da kommt diese komische box schon gar nicht mehr infrage ne are you old where are you blöde trolla denn die sind super doll die ducktates oh es gibt keinen der die mag die ducktates oh es ist so silken ja ich sehe kein ord das ist kann sein dass wir jetzt motion haben ist ein einer von euch ist da gerade ich bin gerade dadurch gerannt tatsächlich ich habe mich erschrocken sein jetzt gott damit zu tun ich dachte wir haben den letzten fehlenden hinweis und dann rennst du dadurch er ist auf urme Geh aber angeh, lasse ich mir deinen Weg. Ihr magt mich einfach nicht. Warum habe ich diese Menschenmasse da zuerst gesehen? Warum sind nicht alle das gleiche? Doch, sehen wir. Aber ich war im Buch und Matti war auch im Buch. Ja, tatsächlich. Und dann mache ich das Buch zu und will mich umgucken und dann sind sie genau in dem Moment alle verschwunden. Ja, bei mir auch. Äh, ist einer durchgelatscht? Nein. Das hat geblinkt. Ich bin draußen. Ich stehe direkt davor, bei mir hat es nicht geblinkt. Okay. Also hier, äh, also im, im, im Zelt vor dem Ding gehe ich ins Monitor. Hm. Die Haze ist weg. Hm. Jetzt aber. Der Bildschirm wurde schwarz und es hat orange geleuchtet. Ja, aber hier auf dem wohne ich noch nicht. Warum nicht? Da, siehst du schon wieder. Das war ich. Warte. Wenn. Dann lass doch mal die Pfoten davon. Ich dachte, das ist egal. Das bin ich nicht. Jetzt aber. Komm, dann habt ihr, das habt ihr jetzt aber alle gesehen. Genau. Das habt gedootet. Aber hier hat es nicht gedootet. Ihr habt es aber auch gesehen. Nein. Achso, mit orange. Jo, stimmt. Es ist ja grüner und der wird's orange, ne? Ja, 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 ja. Hm. Ja, kann ja sein, dass es doch noch ein Bug ist. Dann brauchen sie Rite of Anurag. Na gut. Ich geh auch von aus, dass es dieses gedönste ist. Also irgendwie. Brauchst du? Äh, vier Ritual, ein Bone. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Ich hab eine Kerze. Ich hab zwei Kerzen. Was kommt? Das ist, Matti muss auch eine Kerze mitnehmen. Dein Knochen. Knochen ist nicht da. Den hab ich. Oh, okay. Ich geh da nicht alleine rein. Ich wollt auch mal Knochen in der Hose haben. Hallo? Mhm. Auf zu furzen. Das war der Geist, ich schwöre. Ja. Ich hab auch von keinen anderen gesprochen. Aber gut, dass du dich angesprochen gefühlt hast. Wo machen wir's vor deiner Tür? Wo machen wir's? Oh Mann! Ihr seid arschgeig. Was für ein Ziege brauchst du? Du links nicht rechts. Hab ich gelockt. Mama, 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 Mama. Ich komm hier nicht mehr raus. Ich komm hier nicht raus. Ich komm hier nicht raus. Was ist denn los? Ist doch gar in der Hand. Mann, warum hängt das denn schon wieder? Schade. Ich hab kein Foto gekriegt. Toll. Die Tür ist doch noch auf. Haben wir noch ne zweite Dose? Nuh. Nein, du hast es verkackt. Scheißdreck, ey. Weil die kackt wieder hängt. Aber wir haben noch vorhin zwei Dosen. Haben keiner dazugekauft. Dann hat irgendeiner jetzt die Dose nicht mit beigeschmissen. Es ist keiner von uns gestorben. Oh Scheiße. Ich bin mal gespannt. Dann ist da die zweite Dose gelost. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, weil wir sie gebraucht haben. Nee, die verschwinden ja nicht, die Sachen, weil wir sie brauchen. Die kriegen wir ja wieder. Hast du eingetragen, Mati? Äh... Ein Oni. Genau. Blöde Scheiße, ey. Wie ihr beide euch auf in den Schrank verpissen wollt. Ja, danke, ey. Und ich so, wusser, wusser, wusser. Ich konnte mich nicht in den Schrank verpissen. Die Scheiße hing wieder. Und ich so, wusser, wusser. Wir haben noch einen Schrank verpissen.